Hallo, servus beim Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute bin ich im Cotidiano. Im 10. Audi Generation Award bin ich beim Verrückten Eismacher. Ich bin beim Käfer Feinkost aus dem Aviva Hotel. Bei der Galerie Kronzbein bin ich im nagelneuen Restaurant La Bohème. Auf der Suche nach den neuesten Trachten-Trends. Monaco Deluxe Release Part in Geislingen zu der Neuöffnung von dem neuen City Outlet. Langemeier Trachtennacht in München. Mir habe ich jetzt das Schlagerschnuckerl. Mode ist etwas, was viele Leute vernachlässigen, wenn man manchmal so über die Straßen geliebt. Die Liebe-Mode. Glitzernd funkeln. Eva, für dich ist das ja ein absolutes Jubiläum. Oh, ich wäre gern der Hans im Glück. Das Märchen von Aschenputtel. So schöne Wittchen, denke ich. Stiefelte Kater. Hast du dich noch eine andere? Gloria Gray, du bist ja hier auf der Release-Party von Monaco Deluxe. Findest du's? Ich bin froh, dass dieses Baby jetzt auf der Welt ist. Es ist natürlich ein tolles Jubiläum. Großartig. Ganz begeistert. Ich fand das sehr, sehr schick. Super. Das ist eines der besten Magazine, Hochglanz-Magazine, die ich sehr, sehr mag. Ja, ich habe ein paar sehr schöne Modefotos gesehen. Gefällt mir sehr gut. Und innen drin ist es schön aufgebaut, schön handig, nicht so groß, nicht so schwer. Gefällt mir. Man kennt ja hier auch so viele. Es ist total schön, wie so eine kleine Familie. Monaco! Ich sehe sowieso nichts mehr. Er ist auch ziemlich stylisch, ne? Er hat einen schönen Anzug an, Gucci-Schuhe, gefällt mir eh. Boah, schöne Schuhe. Schöne Schuhe. Jetzt aber schnell, frisch rassiert, geht jetzt zurück ins Hotel. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schenkt uns einen Daumen hoch. Wisst ihr, Monaco Deluxe ist zwar in München zu Hause, aber fühlt sich in der ganzen Welt pudelwohl. Ich hoffe, euch hat der Jahresrückblick von Monaco Deluxe gefallen. Und es war genauso ein spannendes Jahr für euch, wie für mich. Ihr wisst, ihr seid nächstes Jahr wieder herzlich eingeladen, bei unseren Videos im Channel zu gucken. Vergesst nicht, den Kanal hier zu abonnieren. Und hier habe ich ganz, ganz tolle Videos für euch, die euch gefallen könnten. Also klickt drauf und wir sehen uns wieder im neuen Jahr. Ich wünsche euch Merry Christmas und ein gutes neues Jahr. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.